Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute unternehmen wir einen Tagesausflug nach Malta, genauer in die Landeshauptstadt Valletta. Kurz vor 9 Uhr starten wir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 KIS öffnet unseren Flugplan und kaum, dass wir so richtig über Wasser sind, taucht Malta auch schon vor uns auf. Nun rufen wir Luca Approach und melden uns zur Landhug an. Der Controller spricht glasklares Englisch und schickt uns auf die Standard-VFR-Route nördlich der Insel und dann mitten über die Hauptstadt Valletta in den langen Endanflug auf die Runway 23. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und direkt vor uns wird auf der Querbahn 3.1 noch ein Airliner in die Luft geschickt. Was für ein kolossaler Anblick und es macht einen Heidenspaß. Was für ein kolossaler Anblick und es macht einen Heidenspaß. Was für ein kolossaler Anblick und es macht einen Heidenspaß. Wir rollen ab, schalten auf die Grauen Frequenz um und werden zur Parkposition geführt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach der Rückkehr am Airport rufen wir unseren Händler an, der uns aus dem öffentlichen Bereich zum Crew-Entry führt. Wir müssen uns zwar noch einmal ausweisen, aber eine Gepäckkontrolle gibt es für uns nicht. Und dann kommt der Hammer. Unser Händler besorgt uns einen 100-Personen-Bus, der uns vier Piepel zur Parkposition unserer Flieger bringt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist auch beim Start wieder sehr viel Verkehr. Obwohl wir nur 200 Meter haben zur Startpiste, dauert es 20 Minuten, bis wir starten dürfen. Zum Glück bleibt die Öltemperatur konstant bei 90 Grad. Der Controller schickt uns an die Südküste der Insel. Danach sollen wir der Coastline bis Gozo folgen, der anderen großen Maltesischen Insel. Von dort nehmen wir wieder Nordostkurs für Siracusa auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018